The Great Fight Night Trimax gegen Niki TV Wir werden uns richtig ein und ein Samstag, 2. April ab 18 Uhr Live und nur auf Joy Moin Leute, Trimax hier. Heute gibt es die erste Folge in der neuen Season Random Swat. Bauen ist deaktiviert. Falls jemand gewinnt mit mir, der kein Stream Sniper ist, gibt es 50 Euro. Den Skin habe ich noch aus dem letzten Cup. Zieht ihn euch unbedingt rein. Das war der erste Duo Skin Cup überhaupt. Wir haben den Skin freigeschaltet. Wir haben richtig gut gespielt. Wir waren vor sehr, sehr vielen E-Sportlern. Waren sehr geile Highlights dabei. Die müssen wir auch direkt ausrüsten, damit wir jetzt im Public flexen. Wenn ihr das wieder auf YouTube seht, irgendwie in drei Wochen oder sowas, dann chillt mal. Den Skin den hat keiner. Den kann man noch nicht kaufen. Der konnte man erst eine Woche später raus. Da haben wir den gewonnen. Der letzte Skin hat geschrieben, öh, dein Skin ist voll kacke, den kann man im Shop kaufen. Der ist nicht besonders. Ja, doch. Ist er. Und wenn ihr euch was im Shop holt, dann könnt ihr das Ganze machen und schön unterstützen. Cradle Code Trimax eintragen. Annehmen drücken. Kosten unserer Support. Hält zwei Wochen. Vielen Dank an die Nights. So, der Skin ist ausgerüstet. Ich bestimme, wer hier gewinnt. Wir gehen rein. Hallo. Ja, hallo. Ja, können alle reden? Ja, alle können reden. Seid ihr Mates? Nee, ich bin einfach so zum Aufwenden. Du bist bestimmt ein Sweat, korrekt? Nee. Na, ich glaube schon. Also seid ihr hier alle zufällig reingekommen, ja? Ich bin zufällig reingekommen. Trimax, der echte Trimax hat nach dem Lost den Unterstrich, aber egal. Okay. Das ist das zweite Mal, dass ich einen Soundboard treffe. Echt? Hast du mal Soundboard getroffen? Ja. Und war das gut, oder? Digga, Trimax streamt gerade nicht. Ich mache auch viel Offstream. Ja, ja. Wessen Soundboard ist besser? Das hier oder das andere? Also das hier ist viel besser anscheinend. Dankeschön. Digga, du bist ja wirklich der echte. Never, Alter. Ich guckte schon seit der Clash Royale-Zeit. Sauber. Ihr seid alle Einzelne. Ihr seid alle jetzt keine Mates? Nein. Wer ist denn der dritte, der nicht redet? Hallo, kann man mich hören? Oh ja. Du hast doch eben am Anfang schon geredet, oder? Ja, genau. Also ich empfange von euch beiden ziemlich vehemente Stream Sniper Vibes, wenn ich das mal hier kurz ansprechen darf. Von wem? Von euch beiden. Von mir? Ja, auch. Okay. Wie gesagt, ich spiele immer... Ich hab jetzt gerade mein Handy angemacht, aber okay. Gut. Ja, und sonst? Ich wollte arbeiten. Was hast du gearbeitet? Ich arbeite, ich bin 15. Ja? Und ab 14 darf man ja ein bisschen so Hobby-Jobs sozusagen machen. Also so nebenbei. Ich arbeite für 54 Euro in einem Getränkemarkt bei mir. Ah, der Getränkemarkt-Klassiker. Halt im Rewe. Safe. Safe. In Österreich darf man erst ab 15 arbeiten. So, habt ihr schon mal ein Skin gesehen? Ja. Ja. Gut. Den hast du, glaube ich, oder? Hast du ihn im Cup gewonnen? Ja, na klar. Der ist noch ein Formel-Gral. Mit wem hast du gespielt? Julian, komm. Der TikToker. Der TikToker, ja. Wieso ist er der TikToker? Das sagen immer alle. Ja, Mann sagt das in seinen streamst du auch immer? Ja, ja. Okay, gut. Dann übernehme ich das auch. Hier ist ein Kampf irgendwie. Cracked on me. Den Bock, der TikToker ist flott. Sauber. Sauber. Das ist doch ein guter Start. Oh, hier kommt ein Auto. Unten ist ein Auto. Die beiden sitzen erst mal fett im Panzer. Ja, ich komme. Auto ist da. Ich bin auf dem Weg. Ich bin tot. Ich bin tot. Wurde komplett ein Team weggerusht einfach. Oh, ich hatte fünf Tränke. Ich hatte alles. Fahrt hier einfach mit dem Panzer rein. Ich habe gerade ganz falsch gespielt. Das ist ja ohne Bauen, ne? Ja. Da kann man nicht einfach Open Field langbrennen. Boah, die goldene Kampfschot. Äh, SPG. Sauber. Einer ist one. Rechts, das sind vier Gegner. Pass auf, ne? Holy shit! Ich habe noch einen. Holy shit! Ist das normal? Ich habe noch einen. Das wäre gut weitermachen. Ich habe noch einen. Ui. Wie viele Kills hast du? Achso, hier. Ich habe sieben. Er hat hier Sachen getraut, aber die kann ich nicht mitnehmen. Oh, mir ist 20 cracked. Ich habe einen Knock. Oh mein Gott, auf 277 Meter. Sauber. Ich und die AOG. Ist geil. Ich habe direkt am Anfang gesagt, du bist ein Sweat. Du hast es verneint. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Ich kann mich nicht verteidigen. Ja, gut. Gut, gut, gut. Ja, ja. Oh, oh. Ich habe einen Knock. Klar, ich habe einen Knock. Ich habe noch einen Knock. Ja, war auch klar. Dein anderes cracked. Der bei dir ist, mir ist 90 cracked. Ich habe ihn. Lol, was? 13 Kills, let's go. Geil, das ist gut. Ich habe einen Kill. Nein. Das wäre bitter, jetzt noch zu verlieren, oder? Sollen wir ihn rebooten, zu dritt? Da denken wir erst gar nicht dran, weil wir gewinnen werden. So ein Ding. Ja, ja. Bleiben lieber im High Ground. Obwohl, die Facke müssen eh weggehen in die Zone. Scheiße, was machen wir? Wer ist der Captain? Die sind da. Treffer. Treffer, Headshot. Treffer. One shot. Er darf er den Dings wegsprayen, den Stein wegsprayen. Oh nein. Wie bist du gestorben? Wie bist du gestorben? Ich bin runtergegangen. Der ist cracked, der da slided. Der linke ist übercracked. Hab einen, hab einen. Nice, let's go. Hit, Headshot. 90 Damage. Der ist im Stein, das ist Omnius 60. Zone kommt, fuck. Oh mein Gott. Ja, folgt mir, folgt mir. Ich habe die Baum weggeschossen. Warte, hier ist auch weit und breit keine Deckung. Das ist nicht schön. Ja, zwei gegen drei jetzt. Hab einen finished. Nice. Zwei in zwei. Hit. Im Busch? Ja, einer ist im Busch. Der ist cracked. Run, run, run. Der im Busch. Der ist hinter dem Baum jetzt. Hint, hit, hit, hit. Einer ist über wide. Warte mal, mir ist 20. Einer ist wieder im Busch. Achtung. Der Wasser hier ist one shot. Ich krieg den im Wasser nicht. Ich bin sauer. Hast du hier einen da hinten? Habe einen. Hit, hit. Zwei Hits hat der andere. Run-Shots. Sauber. Nice. Alter, was für eine mächtige Runde. Wie viele Kills hast du? 15. 15 Kills? Yes, sir. Du spielst zum Einspielen einfach so Squats? Ja, normal. Kommst dann hier rein und dann machst du 15 Kills und wir holen den Win in der ersten Runde. Ja. Und du warst kein Street-Sniper. Nein. Safe? Safe. Okay, ihr habt beide geredet, das heißt, und wir haben den Win, das heißt, ihr kriegt beide 50 Euro. Okay. Ich füge euch jetzt vorhin hinzu. Wer hat der andere geredet? Hyper-Player? Ja, ja. Gut. Sauber. Wir treffen uns in der Lobby. Bis gleich. Okay. Bis gleich. Okay. Sehr geile Runde. Habt ihr euch earned. Viel Spaß damit. Und euch noch ein schönes Wochenende. Danke. Ebenfalls. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Seid ihr soweit cool oder seid ihr Stream-Sniper? Bitte? Seid ihr... Ach man, das ist doch eh ein Fake. Ja, Mann. Das kann nicht sein. Warum nicht? Also ich habe... Ich gucke gerade einen Stream. Okay. Und weil es ja Verzögerung hat, habe ich erst mal gedacht, dass du nicht der Echte bist, aber du bist der Echte. Also bist du ein Stream-Sniper? Nee, also ich bin einfach so reingekommen. Ich habe erst mal gedacht, dass du Fake bist, aber dann habe ich dann Stream geguckt und jetzt... Oh Gott. Chillig. Hey, hat jemand von euch ein bisschen Blule? Nee, ich bin selber rein. Ja, ich auch. Ich habe Splash. Den können wir mal zusammen nutzen. Wie alt seid ihr alle so? Ich werde 13 mal. Okay. Ich bin 21. Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du ein bisschen älter bist. Warum hättest du das gedacht? Ja, diese Stimme, das ist schon krass. Wer macht dir den Captain? Das merke ich egal. Dann würde ich sagen, machst du den Captain. Okay. Einer down, der ist hier? Ach, seid ihr im Fighten oder was? Ja, ich habe einen getötet. Moin, Schwan-Max. Ah, moin. Der kann ja auch reden. Oh, jetzt können alle reden, cool. Busch ist zerstört. Sauber. Hat der kleine Schüssel? Ich brauche kleine Schüssel. Ah, ich kann ja was geben, ein bisschen. Sauber, danke. Hat jemand weiter? Ach, die Pistole, die ich habe, wenn ich jemanden anschieße, ist der markiert für 5 Sekunden? Schwan-Max, hier liegt noch gut. Ja, nehme ich mit. Sauber. 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 aus dorf gute frage ich habe immer irgendwie so komischen haben davor war es fritzel jetzt ein mann aus dorf okay direkt die 105 meter am baum mark ist drauf 29er hat was sind wir hier pushen die unten weil die sind ja frisch für die drei treffer beide gemacht ich hab zwei von dem neuen team habe ich alle kann es vielleicht nicht wie viel ist hier los am mann holen gegen das doch hier mit drauf hilft der ist gemacht ja ich will ich bin niemand wird da wie weit gerade schildern post close ich muss das sind zwei das sind zwei einer ist da war nicht spiel dass ein einig und und dann auf einen 3 3 3 und wichtig und in so gut mit hier vor einer ab ab sehr schön das sind die letzten vier neben mir zwei haben gute hits bekommen die sind zwei habe ich noch anders habe ein hilf ich brauche einer dauern das kommt es bei mir als team 20 wie viel geht es ja alle ich habe es mir du hast 12 Kills? Ja. Boah, Digga. Hä, wie gut. Okay, und ihr habt alle drei nicht gestreamt, sniped? Nein. Okay, dann fühle ich euch alle als Freundin zu und wir treffen uns in der Lobby. Okay. Sauber. Ihr habt die Runde gewonnen, das heißt, ihr kriegt alle 50 Euro. Was wollt ihr haben? PSN, Amazon oder PaySafeCard? Amazon wäre nice. Amazon, gut. Und Allmann aus Dorf will an die Zuschauer vergive away. Ja, bitte. Sehr coole Aktion. Wenn die Leute feiern, das machen wir doch. Okay, geil. Losen wir noch schnell den Gewinner aus? Und war ultra geil. Also, war eine richtig gute Runde. Glückwunsch an euch. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Jo, alter. Meine Mutter. Okay. Ich grüße meinen Freund. Soll ich auch den Namen sagen? Macht schon Sinn, ja, wenn man jemanden grüßt. Ich grüße Arlen. Ich glaube, der guckt gerade den Film wegen mir. Okay. Und ich grüße meinem Bruder Edmund. Geil. Okay. Dann euch schönes Wochenende. Haut rein, ne? Jo, ich grüße Sie. Tschüss. 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 Hä, wieso gewinnen heute alle?